ja halli hallo so ich hab jetzt mal einen kommentar hinterlassen weil ich spamme ja angeblich jeden zu was ich eigentlich gar nicht tue geht um die sichtbarkeit so da geht es um das gendern und jetzt erzähle ich mal etwas über die journalistenverbände wie arbeitet also der spiegel damit licht und spiegeln und symboliken wie arbeitet jetzt der stern naja sie promovieren einfach das heißt dass sie jemanden reinsetzen von der hohen politik in den stern gebracht um dort dann eben halt über jemanden zu berichten so anonym ist das ganze gar nicht wie man immer irgendwie glaubt so arbeiten journalistenverbände tatsächlich wie arbeitet jetzt also meinetwegen der fokus oder wie arbeitet jetzt die zeit die zeit ist sehr entscheidend an den punkten weil über die literaten verträge sie natürlich versuchen ihre promotion zu behalten die andere gerne in anlehnung wieder ablehnen oder ihnen entziehen würden so und funk ja wir arbeiten über funk das nennt man ein